Wie heißt du? Sabrina. Oh, Sabrina, wie furchtbar. Du heißt jetzt Chantal und du arbeitest für mich. Chantal, die ganzen Fusserinnen gehören alle mir. Das heißt, auch du wirst mir jetzt ein paar schöne Euros reinspülen, dass Papa wieder ein bisschen flüssiger wird. Du bist anscheinend auch schon ziemlich flüssig. Hast du dir in die Hose geprinkelt? Nee, ich glaube anders. So, passt auf, meine kleine Odensackbande. Ihr lasst die Finger schön von den Leuten da drin. Dann lassen die die Witzgriffel auch von euch. Rein mit euch. Viel Spaß bei der Show. Wir haben noch einer, wo wir filmen. Ich glaube, es stimmt. Lauter Kameranlage, aber jetzt sind wir so modern da hin. Wir sind da hin im Teenie-Twister. Soll ich dir jetzt noch ein Interview geben? Das geht bestimmt wieder ins Internet, ne? Ins Facebook. Sogenannte Vorzebuck. Soll ich dir eine Frage mal, ob du gefrost hast? Ja, wie viele? Möchtest du schon viel? Ich bin schon gut zu Vogeln. Ich bin natürlich gleich mal frisches Wassergeber am Tag. Ich hätte ich dir gesagt, Bums und Ficken. Aber das sind die vorne in der Hüttenheit. Jungen, dass der Landwind. Da ist die Dinger. Ja, hurra, hurra. Meine Güte, sind das Lampe da. Wer will spielen? Weiter geht's. Bist du schreitst, du schreitst und schreitst. Bist du schreitst? Bist du schreitst? Was ist das? Was ist das?